mit schwarze Gravur ein Stein in dem ein merkwürdiges Zeichen angrabiert ist auf der Rückseite ist ein Stecker ein Stecker kann ich aber nicht weiter das kann man immer noch nicht aufnehmen guck mal ein paar Objekte an da ist das schwarze Gravur ok den brauchen wir sicherlich später noch ein Stecker lag da raus ok dann gehen wir da in den gehen wir weiter ja da hinten wo wir haben die Treppe hoch meinst du erst mal oder? wie gehen wir die Treppe hoch? gehen wir die Treppe hoch sehr gut da ey das ist viel zu riesig das kommt und du weißt echt nicht irgendwo du jetzt oh alter fuck nicht geschafft schade Alter was war das? hängende Frau wo sind sie? das spiel ich wirklich sehr verstörend wo sollen diese Kinder hin? ist mir egal wo sie hin sind hoffentlich nicht bei uns Kinder sollen weg bleiben soll man wahrscheinlich speichern gehen oder? ja kann man tun oder? das ist immer ein bisschen ein kleiner Umweg aber hey ich hasse das auch also war die Spiele früher es gab Speicherpunkte keine automatische Speicherfunktion es gab keine verfolgende Kamera also man ist heute eigentlich schon ziemlich verwöhnt was Videospiel angeht und Steuerung ne? wenn man jetzt überlegt so wie früher und früher ist es einem gar nicht so aufgefallen war jedes Spiel irgendwie hast einfach gespielt? war jedes Spiel so ja und und heutzutage ey da reckt man sich schon ab kleinsten Kleinigkeiten auf ne? wenn man einfach schon so verwöhnt ist automatische Speicherfunktion ja natürlich Energie die sich automatisch auflädt und was weiß ich was es ja alles gibt das war früher nicht so ne? ey versuch nochmal zu fliegen na 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 aaaaaaah er sieht einfach so gut aus wie hat man das verstanden? das ist ja ja wenn man Katana dabei hätte mit Fotofilmungs mh oh ja oh ja ich lege mich so schneller wie in Rhein nicht ganz ne? ajajajajajajajajajajaj, mega genial ja ja Ich erwarte echt... Alter, der holt den Kopf! Foto, Foto! What the fuck, was war das? Foto, Foto, Foto! Ein Gegner? Das ist ein öffentlichender Kopf! Alter, nein, ey! Alter! Ey, ohne mich! Das ist ein öffentlichender Kopf! So, man darf, ey, sie sind immer abs... Guck mal, wie das heißt, sicherlich fliegender Kopf! Abgedrehter Kopf! Abgedrehter Kopf! Abgedrehter Kopf! Und dann rollender Kopf! Irgendwie versaut! Fahrer Fliege in den Kopf entgegen euch immer! Von Kopf! Na gut... Das Wort Kopf kommt vor! Guck mal, ähm... sich umdreht... Von dem will ich immer Fotos immer? Von denen eigentlich immer Fotos, gell? Niemals? Was soll ich das erste, was wir gemacht haben? Achso, okay... Ich verstehe jetzt gar nicht, was du meinst! Ja, ähm... Wir verlieren Fotos! Achso, im Archiv meinst du? Achso, ja gut, wir können immer die letzten, was ich... 30 angucken, oder was ich wie viel? Oder? 24! Ja, keine Ahnung! Die letzten 24 wahrscheinlich! Okay, gehen wir mal hoch! Die Memory Card gibt nicht mehr her! Nicht mehr darf man! Wer hat immer nur temporär gespeichert! Und dann wieder geröscht! Oh, da oben nichts was! Oh, da oben nichts was! Da oben auch bling-bling! Das ist eh zu! Das ist ein altes Bubus, das weiß verfederlich auf dem Boden, das war zur Tumme geschrieben! Der Schnitzel eines Forschungssortes, die Legende der Heiligen Spiegel, der Spiegel der fünf Götter. Die Heiligen Spiegel, die in dieser Gegend in fünf Schreien aufbewahrt werden, werden meist als Spiegel der fünf Götter bezeichnet. Der Legende zufolge schufen die fünf Götter die Spiegel, bevor sie dann das Land verließen, um das Dorf zu schützen. Einige Legenden erwähnen einen weiteren Spiegel, den zufolge sollen alle fünf Spiegel gemeinsam in einem Ritual verwendet worden sein, um ein schreckliches Unheil abzuwenden. Es ist unbekannt, ob es sich dabei um die Katastrophe handelt. Die Katastrophe, was ist jetzt die Katastrophe? Die Katastrophe, verstehst du? Also geht es um irgendeine Katastrophe, die jetzt wahrscheinlich noch erwähnt wird? Es ist nicht bekannt, ob das oben erwähnte Ritual in irgendeiner Weise mit dem der Familie Hinuhu zu tun hat. Hinsichtlich der Spiegel scheint es jedoch Parallelen zu geben. Die tatsächliche Existenz des legendären Heiligen Spiegels, des einen vollständigen Spiegels, ist jedoch nicht bestätigt. Es ist nicht bekannt, worauf die Legende der Familie Hinuhu in die Akten gelegt. Da oben, so weiter, glaub ich, ja. Da hinten. Boah, geht uns. Wenn wir am Ende vom Spiel ergeht tageslich drauf. Schauen wir was mal hier, wenn du siehst, ob wir uns das geliefert. und ich habe sich den mann ich kann nicht nur so viel und das ist ein zwerger zeitungsartikel das mädchen das auf geheimnisvolle weise drei tage lange verschwunden war ist adoptiert worden herr hinazaki hinazaki ein enger freund von herrn riuso riuso kann auch wenn man das ausprobieren oder kater der ebenfalls vermisst wird wird das mädchen adoptieren der ebenfalls vermisst alle werden vermisst das mädchen die eltern des mädchen blieben auch nach ihrer rückkehr verschwunden daher sucht die polizei eine pflege oder adoptiv familie das mädchen erinnert sich an nichts ab dem zeitpunkt ihres verschwindens die drei übrigen kinder werden weiterhin das mädchen eine kleine tür ich kann sie nicht öffnen ah ok genau ok das ist der eine hier haben wir gespeichert weist diese eine keine raum ja ja das ist die tür jetzt hinten kann es öffnet sich immer mehr die wille immer größer als ob das nicht reichen würde schon ok jetzt wissen wir wo wir kommen stell dir mal vor du läst in diesem haus es ist alles ok keine geist und so ganz normal ja ganz normal ja und du suchst deinen vater oder so vater was mache ich deine mutter sagt hey es ist essen fertig oder so ja ja schon gehen wir ins arbeitszimmer nummer 385 weiß nicht mal etage b12 du bist dann irgendwo dort irgendwo an einem ende und zwei kilometer weiter ist der vater irgendwo weißt du musst aber wenn du weich wieder laufen musst dann ja gut der büsch trotzdem weit ne ja hallo das ist wenn es doch kein telefon gab sagen wir mal so in den 30er jahren und 20er jahren so ja 100 wechselt um den gerät da musst du morgens im haus drin so du musst ja aber nicht lange laufen du musst schon zehn minuten vorher rufen dass der vater in zehn minuten hört versteht bis der schall zu ihm durchgedrungen ohne witz weil ich das auch nicht so angezeigt wird und voller wie bitte immer noch ich will es wissen ich denke es ist einfach nur dass ich weiter schon mal geht's aus was ich gut aus sieht gut aus läuft okay so zumal wird auf dem one way mein Gott alles liegt jetzt hinter uns was hinter uns liegt sozusagen oh Gott der da Mann im Garten Mann der Gärtner natürlich war es eine Gärte das ist immer der Gärtner das ist immer schon da da das ist eine geile Hundhütte geil speichern und wir laufen da immer so und wir laufen da immer so viel zu riesig dass sowas du leistest auf Tage man aber echt ey was meinst du kriegst Besuch die klingeln an der Tür und du bist da im Garten die müssen so da vorne sind so Raketen aufgestellt die miteinander kommen muss immer eine Rakete anzünden so eine Leuchttrakete sind so ah ah wir kriegen heute Besuch okay pass wir da wenn du dann zur Tür laufen musst du was zum Trinken mitnehmen dass du nicht verdurstig unterwegs bist fuck you was war das was war das das ist ein alter Hund oder ein Deckel ich kann mich ja ist auch gut so es kommt gleich die die was help der braucht keine Hilfe alter wer ist da da ist ein Kittenbrunnen gefallen oh das ist da hat ein bisschen Schiff ja hallo ist das nix da oder ich doch stell doch genau davor Frau ja gut ja gut egal lass mal liegen ach guck mal weiter Alter wie blöd ey steht genau davor weißt ich weiß wie auch noch die gemacht hat so das ist die schon der Kamin September 12 3.20 Uhr 6.20 Uhr Ich weiß, das klingt verrückt, aber es gibt etwas hier neben uns, in dieser Mönchung. Ich habe es mir selbst gesehen. Es war eine Frau in einem Kimono blöden. Es ist etwas hier definitiv passiert. Wir haben etwas ungewöhnlich erwähnt, oder vielleicht haben wir hier geholfen, um zu sterben? Ich muss zufrieden. Ich beginne, die Marken zu zeigen. Ich bin mir schon gespannt. Dass das irgendwie so früher so etwas gab, so ich... Ich finde nicht nur dort, ich glaube auch bei uns... im Mittelalter. Oh nein... Sag ihm was? Mach's fertig! Marvin, fertig! Oh, vorderlich! Alter, wie schnell er ist! Ist das Tomo schon wieder, oder was? Ist das Tomo schon wieder, Alter? Wie viel Energie er hat! Wie viel Energie sie hat! Bäm! Du machst die Kämpfe, du bist viel besser als ich! Ah, dann mach ich nicht speichern! Ich darf nicht speichern! Ich legst dich hin! Alter! Wie sie angeflogen kommt! Sofort heilen! Alter! Wir können fast unser Mega-Elixier nehmen! Nehmen wir den Witz hin! Boah! Wir haben zwei Kräuter-Medizin, das haben wir gar nicht mehr hier! Krass, wie schnell es ging, gell? Ja! Wir hatten noch immer so viele noch! Wir haben immer gemäckert, dass man so viel findet, ne? Und jetzt? Ey, ich seh' dich! Warm, ohne! Und weg, ey! Was macht ihr da? Sie verwirrt mich! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Es hat mich voll verflucht! Hall auf! Die ist hier irgendwo weggebrode! Was wollen sie denn? Okay, ich muss kurz warten, aber... Nein, es ist... Ja, es ist schon, es gibt Tourloch, es gibt... Ey, das ist... Komplett, wir sind da richtig schön! Nein, ey! Das kannst du nicht machen! Da ist sie... Baaaaaah! Nochmal, komm! Fuck, sie ist hier weg! Hinten wir, hinter dir! Ja, ich hab's gesehen! Ja! Alter! Sehr schön! Das Ding... Hat viel Foto gekostet! Ja, vor allem, dass es einig hat! Das waren es, glaub ich, um die... Zwölf Schuss oder sowas? Ja, das einig... Musst mir gleich angucken, bei so'n Bildern, wie viel Foto's mir da gemacht hat! Muss ich mir sagen, der Spiegel! Der Spiegel! Der Spiegel! Kein! Hornkopf! Hornkopf! Mal im Garten und da ist die Assistentin! Alter, und da haben wir wirklich... Ach! Drei... Elf... Elf Fotos? Elf Fotos! Guck mal, wie viel hast du im Fall verballert? Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf! 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 Ne, du bist bestimmt zurückgegangen! Ja! Okay, vier... Aber vier hintereinander, ne? Aber hey, ich hab gar nicht wusste, dass die sowas können! Muss man voll aufpassen! Ja! Wer ich gespeichert!